Sind an einer Joint-Venture GmbH mehr als zwei Partner beteiligt, stellt sich regelmäßig die Frage nach dem Minderheitenschutz, also inwieweit ein lediglich gering beteiligter Joint-Venture-Gesellschafter, etwa ein eher passiv agierender Private-Equity- bzw. Venture-Capital-Investor vor einer Benachteiligung durch die Mehrheit der Joint-Venture-Partner geschützt werden kann. In der Verhandlungspraxis stehen hierfür insbesondere fünf Instrumente zur Verfügung. Erstens die Sperrminorität, zweitens der Beirat samt sogenannter Consent Matters, drittens die Regelung über die Gewinnverwendung bzw. Gewinnausschüttung, viertens der Verwässerungsschutz – Englisch Anti-Dilution Protection und schließlich fünftens die Mitverkaufsrechte – Englisch Tag-Along Rights. Worum es hierbei im Kontext moderner Joint-Venture-Agreements genau geht, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go beyond return! Und damals herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Ahelger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. Nicht immer findet sich in der Praxis das klassische 50-50 oder auch das 60-40 Joint-Venture. Bisweilen schließen sich mehr als zwei Gemeinschaftsunternehmer zusammen, wobei ein oder zwei Gesellschafter die dominanten Figuren sind und die anderen JV-Partner lediglich Minderheitsbeteiligungen im niedrigen, zweistelligen oder gar einstelligen Bereich halten werden. Letzteres sind typischerweise eher in einer Kapitalanlage interessierte Venture-Capital- bzw. Private-Equity-Investoren oder auch Business Angels mit entsprechenden Renditeerwartungen. Um hier einen rechtlichen und wirtschaftlichen Interessenausgleich zu erzielen, muss man regelmäßig tief in die anwaltliche Trickkiste greifen. Die Tools des Minderheitenschutzes in modernen Gesellschaftsstrukturen können Sie systematisch betrachtet grundsätzlich unterteilen in den Corporate Governance-Minderheitenschutz einerseits und den wirtschaftlichen Minderheitenschutz andererseits. Zunächst einmal enthält das deutsche GmbH-Recht bereits selbst gewisse Corporate Governance-Vorschriften, die dem Minderheitenschutz dienen sollen. Zu nennen ist insbesondere der § 53 Absatz 2 GmbH-Gesetz, wonach Satzungsänderungen nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden können, sowie dem Ganzen vorgelagert die strengen Einberufungsvorgaben für die Gesellschafterversammlung in den § 48 fortfolgende GmbH-Gesetz. Der Sinn hiervon ist eindeutig, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen oder gar ein Dreiviertelquorum entscheidet, muss natürlich unbedingt sichergestellt sein, dass jeder Gesellschafter rechtzeitig über Ort und Zeit der anstehenden Gesellschafterversammlung unterrichtet wird. Flankiert wird das Ganze durch weitere Vorschriften wie etwa den § 50 GmbH-Gesetz, wonach GmbH-Minderheitsgesellschafter, die wenigstens 10 % am Stammkapital halten, die Einberufung einer Gesellschafterversammlung fordern dürfen und daneben selbst Punkte auf die Versammlungsagenda setzen können. Dieser rudimentäre gesetzliche Basisschutz der Minderheit wird nun in der Praxis häufig zweitens im Zuge der Gestaltung der Verträge zwischen mehreren Joint-Venture-Partnern modifiziert und erweitert. Immer wieder äußern Mandanten dabei den Wunsch nach einer Sperrminorität des Minderheitsgesellschafters. Das GmbH-Recht selbst kennt zwar per se nicht den Begriff der Sperrminorität, ist einer passgenauen Gestaltung über die Satzung insoweit aber sehr zugänglich. So können beispielsweise für bestimmte Entscheidungsgegenstände qualifizierte Mehrheitserfordernisse im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden oder auch einzelnen Gesellschaftsanteilen gar kein Stimmrecht gegeben werden, die sogenannten stimmrechtslosen Gesellschaftsanteile, oder andersherum bestimmten GmbH-Geschäftsanteilen ein Mehrfachstimmrecht verliehen werden. Hier führen also viele Wege nach Rom, um das Gestaltungsziel einer Sperrminorität einzelner Joint-Venture-Partner oder Gesellschaftergruppen herzustellen. Den Paradefall einer gesetzlichen Sperrminorität finden Sie dabei übrigens im eben schon zitierten § 53 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Das ist insoweit besonders wichtig, als dass eine Kapitalerhöhung bei der GmbH immer auch eine Satzungsänderung ist. Halten die erhöhungswilligen Gesellschafter also nur etwa 74 Prozent der Geschäftsanteile, hat der Minderheitsgesellschafter eine Sperrminorität, um weitere Kapitalmaßnahmen zu verhindern. Mehr zum Thema Kapitalmaßnahmen und Kapitalerhöhung finden Sie in der Beyond-Return-Ausgabe Nummer 36 zum Thema. Der Link dazu wie gewohnt in der Beschreibung. Flankierend zu einer Qualifizierung der Mehrheitserfordernisse wird in meiner Beratungspraxis sehr häufig auch drittens der Wunsch zur Einrichtung eines Beirats oder eines Aufsichtsrats geäußert. Dieses Gremium kann entweder, wie der Name schon sagt, lediglich rein beratend tätig sein oder auch als ein echtes Überwachungsgremium und auch Eskalationsgremium vorgesehen werden. In letzterem Fall werden dann häufig Geschäftsführungsmaßnahmen von der vorherigen Abstimmung und Zustimmung des Beiratsgremiums abhängig gemacht, die sogenannten Consent Matters. Wie das Ganze genau funktioniert, hatte ich bereits in den Beyond-Return-Ausgaben Nummer 62 und 72 zu den Themen Konfliktlösung bei Joint Ventures, Venture Capital und Private Equity sowie Aufsichtsrat, Beirat, Consent Matters in der Unternehmensfinanzierung erläutert. Links dazu ebenfalls in der Beschreibung. Von diesem ersten Aspekt des Corporate Governance Minderheitenschutzes kommen wir nun zum zweiten Aspekt, dem wirtschaftlichen Minderheitenschutz. Hohe Bedeutung haben insoweit zunächst immer wieder die Regelungen über die Gewinnverwendung und Gewinnausschüttung. Gewinnverwendungsbeschlüsse sind im deutschen GmbH-Recht zunächst einmal Mehrheitsbeschlüsse. Es könnte deshalb passieren, dass die Mehrheitsgesellschafter die Minderheitsgesellschafter finanziell aushungern, indem sie erwirtschaftete Gewinne im Unternehmen zurückhalten und einem Ausschüttungsverlangen der Minderheit nicht nachkommen. Umgekehrt könnte die Mehrheit auch exzessiv ausschütten und dadurch das Eigenkapital des Joint Ventures nach dem Dafürhalten der Minderheitsgesellschafter zu sehr auszehren. Insoweit bietet es sich an, die Gewinnverwendung in der Joint Venture Struktur vorab dezidiert über den Gesellschaftsvertrag sowie das flankierende Joint Venture Agreement bzw. eine flankierende weitere Gesellschafter-Vereinbarung zu regeln. So kann etwa vorgesehen werden, dass vom ausschüttbaren Gewinn der GmbH immer ein fixer Prozentsatz auszuschütten ist und der Rest zur Stärkung der Eigenkapitalbasis in der Joint Venture GmbH zurückzubelassen ist. Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, kann ich an dieser Stelle die beiden Beyond-Return-Ausgaben Nr. 60 und Nr. 15 zu den Themen Liquidität schützen bei der GmbH und GmbH und Co. KG sowie die Top-10-Fragen zur Gewinnausschüttung bei der GmbH empfehlen. Links dazu wie immer in der Beschreibung. Neben einer präventiven Steuerung der Liquiditätsabflüsse im künftigen Joint Venture sollte den Minderheitsgesellschaftern daneben immer auch eine explizite Anti-Dilution Protection eingeräumt werden. Gemeint ist damit der Verwässerungsschutz, also ein Recht zur Teilnahme an künftigen Kapitalerhöhungen bzw. Finanzierungsrunden zur Vermeidung der Verwässerung der eigenen prozentualen Beteiligung. Zwar enthält die zu § 55 GmbH-Gesetz entwickelte Dogmatik insoweit selbst bereits einen gewissen Minderheitenschutz über die Bezugsrechte, allerdings ist insoweit vieles noch umstritten und lediglich in Analogie zum Aktienrecht entwickelt worden. Deshalb empfehlen sich insbesondere in Joint Venture und Venture-Capital-Konstellationen explizite vertragliche Regelungen dazu. Und schließlich sind noch die sogenannten Tag-Along-Rides zu nennen. Diese adressieren den Fall, dass der oder die Mehrheitsgesellschafter ihre Anteile am Unternehmen an einen Dritten verkaufen. In diesem Fall kann der Minderheitsgesellschafter sprichwörtlich auf den Abfahrenden Zug aufspringen, also Englisch to tag along. Vertraglich wird das in einer Gesellschaftervereinbarung als Anspruch des Minderheitsgesellschafters auf Mitverkauf zu gleichen Konditionen ausgestaltet. Die Kehrseite eines Tag-Along-Rides ist übrigens normalerweise die gleichzeitige Einführung eines Drag-Along, wonach der Minderheitsgesellschafter von der Mehrheit zum Verkauf seiner Beteiligung im Zuge eines groß angelegten Exits gezwungen werden kann. Das ganze Thema Tag-Along-Drag-Along ist also immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn Sie näher erfahren möchten, wie Drag-Along und Tag-Along in einem modernen Joint-Venture- oder Venture-Capital-Setup funktionieren, kann ich die Beyond-Return-Ausgabe Nr. 65 zum Thema empfehlen. Und abschließend noch eine Anmerkung. Wie ich eingangs bereits erwähnt hatte, sind häufig lediglich an einer Kapitalanlage interessierte Venture-Capital bzw. Private-Equity-Investoren oder Business Angels die Minderheitsgesellschafter in einem solchen Joint-Venture-Setup. Aufgrund deren üblicherweise hohem Totalverlustrisiko erwarten Sie natürlich einerseits eine entsprechend hohe Kapitalvergütung spätestens im Exit-Falle und lassen sich andererseits regelmäßig eine sogenannte Liquidationspräferenz einräumen, englisch auch als Liquidation-Preference bezeichnet. Dabei spricht man verbildlicht auch häufiger von einem Erlöswasserfall im Exit. Dieses Thema ist streng genommen kein reines Thema des Minderheitenschutzes, sondern eher eine kommerzielle Risikoprämie, die aber unter Umständen wirtschaftlich einem Minderheitenschutz gleichkommen kann. Auch zu diesem Thema hatte ich bereits mit Teil 9 meiner Serie Venture-Capital hier im Kanal ein ausführliches Video gepostet. Den Link dazu finden Sie wie gewohnt in der Beschreibung. Das deutsche GmbH-Gesetz enthält also selbst bereits einen rudimentären Basisschutz für Minderheitsgesellschafter. In modernen Venture-Capital und Joint-Venture-Konstellationen wird der allerdings regelmäßig als zu dünn angesehen und bedarf deshalb unbedingt einer vertraglichen Präzisierung bzw. Modifizierung über das Joint-Venture-Agreement. Beliebte Tools sind insoweit die Einführung von Sperrminoritäten und Beiratsstrukturen einerseits, sowie wirtschaftliche Schutzmechanismen zur Vermeidung von Liquiditätsabschöpfung, Verwässerung und unerwünschtem Abverkauf andererseits. Abschließend kann ich Ihnen noch einen Blick in meine Playlisten Venture-Capital und Private Equity M&A hier im Kanal empfehlen, in denen Sie weiteren einschlägigen Content zum Thema finden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, hier bei Beyond Return. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal.